Hallo und herzlich willkommen. Heute präsentiere ich meine Muffins, die ich heute bekommen habe. In meinem Strandvideo seht ihr, wie ich meine Melly präsentiert habe. Jetzt präsentiere ich die. Okay, wir fangen an mit der Krone. Guckt mal, wie süß der aussieht. Also er hat so süße pinke Beinchen, einen Kronenstab in der Hand und eine süße Krone hat er auf dem Kopf. Und sein Muffin hat auch eine Krone. Jetzt gucken wir uns das Gänseblüten-Muffin an. Oh, wie süß der aussieht. Guckt mal, wie süß. Also der hat einen süßen Blumen, kranzstiel auf dem Kopf. Und eine süße Gänseblümchen in der Hand. Und so eine schöne rosa Farbe. Und zwei süße Gänseblümchen. Das sieht so aus wie Augen. Und eine schöne türkisfarbende Muffenschönchen. Okay, guck mal, ich finde der ist am besten. Sieht gut aus wie ein Pud. Gucken wir mal weiter. Und der ist besonders. Der hat so eine glitzernde Blume. Wow, ich glaube, der ist voll groß. Süß mit so einer Struppelfrisur. Und gelb. Und mit einer glitzernde pinke Schleife. Und eine glitzernde pinke Blume in der Hand. Und hier ist eine wunderschöne pinke Blume drauf. Okay, das ist der Praktische. Man kann den so an der Schleife aufbringen. Guck mal, wie süß der ist. Der hat so eine Feder an der Hand. Eine süße Schleife auf dem Kopf. Und man denkt, dass er mit jemandem Händchen hält, weil er so die Hand ausgestrickt hat. Hier ist so eine praktische Schleife zum Aufdrehen immer. Das ist so ein Herzi. Der hat so ein orangenes Herzen da hat. Eine schöne rosige Farbe. Und zwei süße grüne Hörner. Deine Schleife hat ein schönes Herzen. Ein orange. Und kleine grüne Herzen. Das ist ein Dufti. Der hat auch einen Teebeutel. Den habe ich schon geöffnet. Und in einem vorherigen Strandvideo könnt ihr sehen, was da drin ist. Also hier war so eine kleine Tee-Tanne drin. Der Muffini hat so einen schönen Kranz von meiner Lieblingsblume. Und die Lieblingsblume hat er in der Hand von mir. Einen schönen, knalligen Ton. Und eine Blume hat er. Hier ist wieder so ein schöner, knalliger Ton. Eine schöne lila Glasur. Und eine Blume. Jetzt kommen wir zum Letzten. Ich mag den am liebsten. Das ist so süß. Okay, hier kann man so die Perle aufdrehen. Das geht ein bisschen schwierig. Okay. Der ist so. Der hat eine Blaubeere in der Hand. So ein süßes Zipfelchen. Und süße Punkte. Seine Kappe hat eine schöne Blaubeere oben drauf. Und türkise Pünktchen. Das waren meine Muffinis. Tschüss.